Hallöchen und herzlich willkommen! Hier bin ich wieder zurück bei Battlefield 4! Yo Leute! Ne! Äh, wieder mit die M42B. Drücken wir auf Bereit. Haben wir noch ein anderes Quad? Letztes Mal habe ich ja 10 Minuten gebraucht um alle rechte Waffen zu finden. Die hier funktioniert, das muss man erst mal schaffen. Haben glaube ich auch schon... äh, Laservisier tu ich da nicht drauf, ehrlich gesagt. Das bringt gar nichts. Weil Laser siehst du natürlich. Das ist scheisse. Oh, hier habe ich keinen. Schade. Aber wieso fährst denn du jetzt zu F? Willst du zu B fahren oder wie? Er sagt mir hier, F ist Waffen, Waffe wechseln. Dabei habe ich ja nur eine. Ja, man muss hier nicht alles zerstören. Kannst auch mal raschen hier. Dass wir mal D und C haben. Nicht, dass es uns so geht wie letzte Route. Letztes Match war ja wirklich erfolgreich. Nicht nur meinerseits, sondern auch vom Team her. Da muss doch einer sein. Irgendwo. Was ist denn das? Ah, Leliwi. Okay. Kommen wir hier rein. Oh, da, da. Boah. Boah, voll rein gedatcht hat der ihn. Super. Ist glaube ich ein guter Fahrer. Ah, ist eins oben halt von mir. 137. Ja, der kann ja nur gut sein. So, nur bin ich leider nicht so die hellste, die hellste Begleitung. Ich darf. Ah, da drin. Da hinten Panzer, pass auf. Da drin, da drin. Da hinten Panzer, pass auf. Hä? Hä? So, natürlich ist es so gelaufen, wie ich gesagt habe. Und ich sehe überhaupt nichts. Aber sie haben COD eh, das ist ja... Oho. Ok, gut. Ich rüsse das jetzt gleich aus, weil wir vielleicht noch eine dritte Runde machen hier auf der Map. Oder sowieso bei RASCH dann hier starten. Deshalb machen wir doch das schnell. Fahrzeuge. Upgrade. Ne, nicht da. Hier. Schütze. IRNV. So. Gut. Nehmen wir doch den BTR. Wir müssen jetzt... Nicht in diese Richtung, nicht so wie letztes Mal auch schon. Wir müssen jetzt drücken hier. Oder einfach mal... Bisschen frech sein und bei B vorstoßen. Wie ich das eigentlich letztes Mal auch gemacht habe. Bei A. Aber ja, da waren wir halt schon... Oh, ja. Da waren wir halt schon gut. Ok, das kann jetzt auch in die Hose gehen. Ok, gut. Er hat auch Aktivschutz. Ich auch. Da läuft noch einer rum, ehrlich gesagt. Irgendwo da. Aber irgendwie... Es packt auch ein bisschen rum, habe ich das Gefühl. So, ich fahre mal durch. Er hat sich nämlich verpisst. Mal schauen. Wow, es kommt eigentlich irgendwie voll crazy vor. Alter, den habe ich überfahren. Super. Es kommt einem crazy vor, weil man überhaupt nicht sieht... Also ja, man kennt die Map schon auswendig. Man sieht nicht, wo man hingeht. Und jetzt sehe ich übrigens wieder nicht, ob da wieder irgendwo einer rumlauert. Da hinten war einer. Oh. Er kann hier irgendwo sein. Keine Ahnung. Oh, da. Komm schon, wer macht das Haus kaputt? Oh, ich bin ja völlig kaputt. Ah, raus. Pua. Da gibt es einen IFV, sowieso. Was ist denn das? Pua. Ok, der hat den Glück. Da war ich ein paar Millisekunden zu spät. Wir haben da eigentlich voll das gute Team. Aber es läuft einfach... Ah doch, jetzt läuft es ein bisschen. Schneebar F raus. Hier ist es noch düster. Hier schiesst ein IRRER herum. Jetzt komme ich hier nicht rein, nicht Depo. So. Was seid ihr dort? Wow, fast genau getroffen. Hä? Wo ist die Treppe? Bin ich blöd? Wo ist das? Ich bin gleich. Wir haben gerade die Kontrolle im Bereich. Und wir haben die Träte übernommen. Aha, die haben die Treppe entfernt. Sowas aber auch. Da hat es gar keine Treppe. Sehe ich jetzt. Also da oben sind ja Dutzende. Das ist ja natürlich scheisse wenn die da oben eine Spawnbase haben. Wir haben keine Treppe. Ja ne, das finde ich ja wieder mal. Da muss ich wohl mit dem Mörser ab. So, ich brauche ein besseres Versteck. So, den habe ich. Da war aber noch einer. Ja, die müssen eigentlich weg. Unbedingt. Da unten sind auch welche. Oh nein, jetzt kommt der BTR. Aber ich habe gar keine Chance dagegen. Nein! Hat der mich gekriegt. Helikopter gibt es hier nicht und die haben einfach die Treppe entfernt. Das stelle ich erst jetzt fest. Als ich die da so dumm herumsuchte. So haben wir noch einen besseren Squad. Vielleicht das da. Der soll noch andere schauen, was da mit dem Turm auf sich hat. So. Man sieht leider nicht so viel. Das ist Night Operation. Willkommen bei Night Operation. Es ist ein anderes Gefühl. Wenn man das erste Mal das spielt, dann meint man. Hä? Was spielt man hier? Es ist einfach so. Es ist ein bisschen anders. Man hat das Gefühl. Man sieht eben nichts wie jetzt hier. Hier ist übrigens der Sch... Also ich sehe überhaupt. Teilweise ist die Sicht so schlecht. Wie zum Beispiel jetzt hier drin. Da siehst du rein nichts. Damit... Ah ja, weil da drüben. Da ist ja noch der Dings. Wo man mit E anmachen kann. Dann... Ah. Ja, zu dumm. Dann sehe man vielleicht was. Kolonel Foley. Okay. Ja, da schlucht es eigentlich mal zusammen. Ah, das ist ein Freund. Da hinten, da hinten. Da hinten, da hinten. Okay, der ist tot. Dann hier drin. Sieht man rein nichts. Oh, da. Nein! Mit der Bulldog hat er da die bessere Chance. Da muss man kein Visier haben. Oh, danke vielmals. Was? Fast ein Hunderter. Also ich habe die Orientierung teilweise einfach überhaupt nicht. Wir haben Einsatzstil Delta erobert. Jetzt weiss er zum Beispiel nicht wo ich bin. Ah, nach hinten raus. Okay. So. Du bist weg. Da drüben muss. Ah, der hat der. Gut. Gut. So. Also sorry für das Bild, dass es so dunkel ist. Aber ich werde das Bild nicht irgendwie künstlich erhellen. Das ist nicht mein Ding, weil man soll ja sehen, wie dunkel es überhaupt ist. Ohne. Es blendet auch so stark. Man soll ja sehen, wie es hier in realen Bedingungen ist. Hier kommt Panzer. Also da draussen geht es schon wieder. Da ist es was anderes. Mit der Dunkelheit. Hier muss einer sein. Okay, der ist weg. Panzer. Ich habe ja nichts für den Panzer leider. Leider. Oh. Was machst du hier? Gut. Das geht mir jetzt gleich wahrscheinlich dann. Oh. Muss der genau hier im Ecken schauen. Jetzt weiter. Er hätte alle. Dabei habe ich ja nicht mal was erobert hier. Vielleicht haben wir sie wirklich alle. Ja. Sie haben alle. Sie haben nicht mehr alle im Schrank. Im Schrank. Sorry. Da hinten. Elender Bastard da hinten. So. Hier meinte ich. Das wollte ich zeigen. Es geht nämlich sogar. So. Jetzt ist es heller. Boah der hätte mich ja easy killen können hier. Ne. Es ist eh. Es ist ein scheiss Dreck heller. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Mit der Bulldog und dem Fleer. Habe ich das? Ich hoffe mal. Ich will das mal austesten. Wo ist es? Der Bulldog ist eigentlich nicht hier. Es ist glaube ich hier. Nein beim Stromsoldaten. Oder? Bulldog. Ah habe ich leider nicht. Okay gut. So. Es war das scheiss für die BDF hier. Es war das scheiss für die BDF hier. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Alter. Der hat alle gekillt. Ich bin der letzte. Von dem sollte man sich dringend die Nacht nehmen. So. Jetzt habe ich ihn. Tominozo. LMG. Wo ist denn der? Okay. Ich sehe den wieder mal. Ah der müsste unter den Helden sein. Ich sehe den nicht. Ehrlich gesagt. So. Der Panzer ist gekommen. Leider zu spät. Ja es ist eine ausge... Oh. Es ist eine ausgeglichene Runde diesmal. So. Ja ne. Hat er einen anderen geklaut. Das wird eine längere Runde. Als letztes Ball. Das weiss ich jetzt schon. Da hinten. Da hinten. LEV. So. Das könnte ich ja sogar mit dem Panzer fahren. Ich habe sie ausgerüstet. Ja. Schön. So. Jetzt sehen wir natürlich wieder alles. Da war auch keiner glaube ich. So komm her. Ich sehe zwar nicht wo ich hinschieße. Aber da drüben. Da drüben. Dann. Boah. Da scheint feindlicher Panzerwagen zu sein. Fest sich deiner Position. Da ist ein Mörser. So. Wir haben aktiv Schutz. Zum Glück. Helikopter ist auch noch da, oh wie das leider leuchtet, ah für das kann man also diese Flares super brauchen, das sieht man nämlich nicht, ah dich hab ich doch, mhm. Scheisse dumm, ich hab mich aufgeregt, dass ich den nicht hatte, ah dann hab ich nicht mehr geschaut ob ich raus ging, oder ob ich raus gehen sollte, so, sie sind wieder eingeraucht, so, dich hab ich, da ist aber noch einer, da war noch einer, wo bist du hin, so dich hab ich auch, der nimmt mich gleich von hinten, alter ist das Gefühl, im schwarzen Wald, ha, dabei kommst du, Angst, oh, ja, pass auf hier, ah, da sind noch zwei, Ultra, und Horst Kevin hat es leider auch erwischt, schade, denn da hätten wir jetzt super, Bass Junkie ist ja der Beste, da hätten wir jetzt super stürmen können, aber der ist auch bei B, super. So, jetzt B muss unbedingt her, ha, was ist denn da auf der Minimap los? Da drehte sich die Artillerie hier herum und herum. Ja, gegen das LEV habe ich leider nichts, und das Team ist auch eher auf Munition ausgerichtet. Ha, aber das ist schlecht. Na gut, also 11 zu 8, ich bin dritt-, zweitbester, das ganze andere Team ist eine Null. Oh, scheisse, ja. Wenn ich das ganze andere Team sage, bin ich vielleicht auch integriert. Da oben, äh, da unten, blöd. Das wird jetzt natürlich kritisch. Hier raus. Boah, wie mache ich das jetzt? Abhauen noch ein bisschen. Schauen, wer da von hinten gekillt werden will. Ich nicht. Und der aber schon. Nein! Alter. Hühnerschrecker, der passt ja hier auf die Map. Danke für den Kill. So, einer weg. Hier sind Patronen, wenn du brauchst. Da war einer. Oh, da kommen sie auch alle. Besser da weg. Da unten, da unten, da unten. Ist schon gestorben. Der läuft auch kritisch rum da. Ah, da kann man ja schön durchschiessen. Ja, wenn es geht. So, wo warst du, Sniper hier? Wo warst du? Wo warst du? Äh, wo war denn der? Der nimmt mich gleich. Einsatzziel, Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. So, einer von uns ist unten. Jetzt gehe ich helfen. Auch wenn ich nichts sehe. Komm her du. So, jetzt sehe ich einfach nur diesen Abgang und Aufgang. Für die anderen müssen die anderen schauen. Gut, wir sind ja zu viert. Sollte gehen. Oh, da kommt einer. So. Service da, schön. Boah, jetzt kommen sie aber auch hier. Nur das ganze Squad haut ab. Dann haue ich auch mal ab. Außer der Arme da. Haben wir da zurück gelassen. Er lebt aber doch. Ist gut. Boah. D haben wir auch. Dann besser C verteidigen. Ah, bin ich wieder runter gegangen. Da hinten. Oh. Ah, was hat denn der für ein Licht? Das kann man nicht richtig anvisieren. Okay, da war noch einer. So. E bekommen wir wieder. C, D, E haben wir. F sollten die anderen hinkriegen. Jetzt sollten wir einfach die Front hier aufbauen. Quasi. Gut, es wird schwer. Wenn wir noch gewinnen möchten. Okay, das sind zwei Fahrzeuge. Mhm. Man muss natürlich schauen, dass die Munition haben. Und auch, dass die leben natürlich. Sonst tut's auch nichts. Sonst tut's alle Munition nichts, wenn die nicht leben. B haben wir auch. Dafür haben wir eh verloren. Das scheisse. Ich bin jetzt mal so blöd und laufe einfach zu A. Ja. Gegen den kann ich leider rein gar nichts unternehmen. Oh, da muss gleich einer sein. Wo ist denn der? Alter. Alter, sag ich so creepy. Wo ist denn der? Der andere ist auch nicht mehr da. Boah. Okay, er ist unten. Anscheinend ist genau westlich deiner Position ein feindliches Faser gemeistert. Schnell da bleiben. Sonst geht der Punkt nicht runter. Westlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher MB-Schützer. Einsatz Ziel Foxtrot wurde neutralisiert. So, A ist unseres. Auch wenn harte kämpft. Uh, da war Stinal gestorben. Außer ich. A wird sowieso wieder runter gehen eigentlich. Deshalb müsste man zuerst auch die anderen haben. Und dann hätte man bei A erst eine Chance eigentlich. So richtig. Oh, oh. Der andere hat ja wohl gekillt, oder? Ich hoffe es mal. So, und jetzt könnten wir ihn dann in den Rücken fallen. Wenn sie uns das nicht tun natürlich. Das ist immer die Voraussetzung. Da oben. Da oben. Nein! Der Kolonel! Alter! Kolonel Foley! Oh, danke. Vielmals. Danke, danke. So. So, den habe ich. So. Da wird es schon wieder. Da hinten irgendwo. D geht schon wieder runter. Dafür haben wir C. Immerhin. E haben wir auch. Auch. Bei F. Glaube ich nicht. Oh. So. Aha. Aha. Vor allem die Fäden, wie ich die gesehen habe. Wow. Alter. So. Bam. Wie man gar nicht sieht, ob der jetzt reloadet oder nicht. Oder so. Einfach drauf scheissen. Vielleicht bringt es ja was. Nein. Gut, der andere hat es eben auch nicht gesehen. Das ist ja das Witzige daran. Da oben ist auch noch einer, oder wie? Dann ist er wieder clean. Dann haben sie C wieder. Aus irgendwelchen Gründen. So, da ist einer. Ah, da kann man nach unten. Okay, vielleicht sieht man das auch einfach nicht. Oh, da ist einer. Oh. Gut. Hätte ich mich jetzt dem zugewendet oder in diese Richtung geschaut, wäre der andere wieder gekommen. Ja, also mit meiner Leistung bin ich voll und ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir natürlich, äh, C wieder verloren. Da räumt es auch schon. Einer. Und da ist auch einer. Nein! Da kommt noch einer. Spirit Cave. Ich habe ihn schon dreimal erledigt. Das ist ja super. 3 zu 1. Schlechter Spawn. Äh, geglückt. Ne, nicht geglückt. Der Baza Bozo. Baza Bozo. Ich gehe hier raus. Besser. Hier, hier erstmal sterben und dann kannst du vorne wieder sterben. LMG Medaille. Super. Ah ja, die Züge. Muss ich noch sagen. Die sind ja auch so eine Katastrophe. Wenn du da drin bist. Drinspawns. In einem Zug, wo die beiden Türen zu sind. Siehst du rein gar nicht. Musst du dich der Wand abtasten. So. Teilweise ist es schon creepy gemacht. Wie dunkel es ist. Teilweise. Aber ja. Es ist Nacht. Boah, da kommt einer. Scheisse. Wir haben wieder alles verloren. Fast. Wir haben alles verloren. Wir sind wie neu geboren. Ein Andy gekommen. Boah. Schlecht. Ah, von da oben. Hat er Hunger? Ist doch ein Mars. Bei E haben sie einen entdeckt. Ich gehe damit. Boah. Nein. Ah, da siehst du eigentlich nicht wie hoch der war. Richtig. Da hinten, da hinten. So. Das Licht ist halt. Es macht Licht. Aber du bist natürlich in der Gegend. Und bist du sofort auffällig. Also die sehen sie als erstes. Ehrlich gesagt. Ah, doch. Hier kann man raus. Das sehe ich erst jetzt. Also ja. Sehen ist da. Sehen ist da ein weiterer Begriff. Da drüben sitzt er. Also wie die sich nicht sehen. Alter, pass auf da. Da, da, da. Au. Au. Hm. Alle gestorben, super. Dann hier raus. Ja, wenn der nicht so dumm fliegen würde, könnten wir den Heli noch ein bisschen ausnutzen. Zwar gut, da siehst du auch nicht viel, wie gesagt. So. Yeah. Komm hoch. Alter. Wie du eigentlich siehst, dass du irgendwo wieder festhängst. Hier ist keiner, oder? So, wir haben den wieder. Ein Problem ist doch, da draussen sind sie noch. Antwort an. Das war sicher der, der mich angeschossen hatte. Hallo, Tommi. Hier habe ich nicht so eine Chance, eher hier. Das man auch hier am Hügel spawnt. Da ist ein feindliches Fahrzeug. Da ist ein feindliches Fahrzeug. Gefrenz dich deine Fälle. So, das habe ich mal zerstört. Da hat mich sicher einer dabei erwischt. Denk ich mal. Denk ich mal. Nein. Der Cheeto hat mich erwischt. Und das macht mir gerade so Spass. Deshalb werden wir nächste Runde, oder übermorgen, in der Folge nochmals diese Map spielen. Eineroberung. Es macht einfach Spass. Natürlich, Rache würde auch Spass machen, aber jetzt... Irgendwie hat es sich rein geflasht hier. So, der andere ist hoffentlich weg hier, oder? So, dann versuche ich es mal so. Wo? Nein, ich komme nicht runter. Hier bist du. Da ist natürlich ein Licht. Einer mit Licht ist natürlich auch so von Vorteil. Der macht dir... Der zeigt dir ein bisschen das Licht hier. Nur ein bisschen nützt schon was. Natürlich, was man auch kann, ist einfach den Bildschirm höher stellen, oder? Das gibt es auch noch. Aber ja, das würde ich jetzt eher... Als... So wie im DC. Wo die einen in der Nacht einfach den Bildschirm höher drehen. Dann sehen sie alles. Das natürlich, äh... Machen wir das natürlich nicht. Es nimmt auch ein bisschen das Feeling. Aber es macht doch sehr Spass hier. Boah! Stinkt der aus der Cheeto! Alter! Habe ich noch nie erwischt. Also ich bin souverän zweiter. Da müsste ich jetzt schon noch, äh... Ne, das geht gar nicht mehr, dass ich da noch einen Rang runterkomme. Okay, da ist kein... Oh doch, da ist... Wir haben Einsatzziel Foxx und eröffnet... Nein! Uah! Uah! Ich will noch einen Killen! Nein! Verloren! Okay, es war ein interessantes Match. Letztes Mal haben wir deutlich gewonnen, da war es nicht mehr so spannend eigentlich. Es war zwar toll mal zu sehen, wie wir die... Und erstes Mal steigen wir sogar auf... Beim... Support... 100 Punkte auch noch mit der... Sekundär, da habe ich ja nicht mal voll alles. He... 5000... 10.000... 2000... Wollte ich schon 10 sagen. Da zählt und zählt... 3400... 812 Zusatzpunkte. Ich muss noch einen Boost aktivieren in der nächsten Runde, glaube ich. Leider bin ich jetzt Erster, weil der andere gegangen ist, das ist schade. Aber ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns übermorgen wieder. Nochmals diese Map. Und danach nochmals diese Map, aber in Rush. Danke fürs Zuschauen, bis morgen. Tschüss!